Als ethnische Muslime werden, wurden bezeichnet, in der Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien und in Mazedonien slavische Muslime. In der russischen Volkszählung die Angehörigen all jener Völker Russlands, die irgendwann in der Geschichte den Islam angenommen hatten oder kulturell islamisch geprägt wurden, ohne zwangsläufig auch aktive Gläubige sein zu müssen, siehe Islam in Russland. In der chinesischen Volkszählung die in der Volksrepublik lebenden chinesischen muslimischen Minderheiten, siehe Islam in China. In der demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka die Angehörigen der muslimischen Minderheit, malayscher oder arabischer Herkunft. Die Moors. auf den Philippinen die Moors genannte muslimische Minderheit in Südphilippinen, siehe Islam auf den Philippinen. Belege, VGL, Thedekal, ethnische Gruppen in der Republik Makedonien und ihre demografischen Eigenschaften in Gabriela Schubert, Makedonien. Prägungen und Perspektiven. Harasowicz, Wiesbaden, 2005 der S 57-80. Hier S 65F. Hier S 57F. Untertitelung des ZDF, 2020